Guten Tag, in diesem Nestec Kurzvideo zeigen wir Ihnen einen kleinen Überblick über die Pulseway IT Management Remote Lösung. Pulseway ist ein einzigartiges State-of-the-Art Remote Management Tool mit einem besonderen Augenmerk auf Mobil-Worker-Fähigkeiten. Alle Funktionalitäten und Features, die Sie in der Web-Oberfläche von Pulseway erhalten, haben Sie auch in den nativen Apps auf Mobiltelefonen und Tablets. Mit Pulseway überwachen Sie Ihre Kundennetzwerke ressourcenschonend, aber in Echtzeit. Planen Sie Aktionen oder lassen Sie diese in Real-Time direkt ausführen. Zahlreiche optionale Erweiterungen, wie etwa Kaspersky oder WebRoot, runden die Pulseway-Lösung wunderbar für IT-Consultor ab. Das Rollout von Pulseway Agents in Ihre Kundennetzwerke ist denkbar einfach. Installieren Sie auf einer Maschine im Netzwerk einen Agent und machen diesen zur sogenannten Network Probe. Dieser scannt Ihre Netzwerkumgebungen durch und Sie haben dann die Möglichkeit, auf weiteren gefundenen Maschinen die Agents mit bestimmten vorgegebenen Profilen auszuhalten. Unmittelbar nachdem sich der Agent im Dashboard angemeldet hat, haben Sie bereits zahlreiche Echtzeitinformationen und können bereits Ihre ersten Actions sehen. Hier im Bild erkennen wir, dass das Antivirus-Produkt auf dieser Maschine abgelaufen ist. Daher installieren wir gleich eine Kaspersky-Installation direkt aus dem Pulseway-Dashboard. In nur wenigen Schritten definieren wir ein Scan- und Schutzprofil für z.B. Workstations. Sämtliche Leistungsmerkmale sind dank der komfortablen Oberfläche von Pulseway rasch und unkompliziert definiert. Policies können dabei jederzeit an geänderte Anforderungen angepasst und erneut ausgerollt werden. Auf einen einzigen Blick erhalten Sie Informationen zum Schutzstatus all Ihrer Kunden, Rechner und Kundensysteme. Im Büro, am Dashboard und selbstverständlich auch mobil unterwegs auf Ihrer Pulseway-App. Die gängigsten Monitoring-Funktionalitäten bringt Pulseway für Sie automatisch mit in die Überwachungen ins Dashboard. Speziellere Anforderungen decken Sie entweder im hier gezeigten lokalen Agent ab, dessen Profil Sie auch auf andere Workstations und Server vererben können. Oder Sie benutzen eines der zahllosen API-Interfaces, die Pulseway zur Verfügung stellt. Mit Skripts, die Sie sich selbst erstellen oder die Sie aus der Pulseway-Community beziehen, können Sie jede erdenkliche Monitoring-Herausforderung meistern. Mit dabei ohne Aufpreis zahlreiche Komfort-Features, die Sie im IT-Betreuungsalltag dringend brauchen. Remote Desktop, Patch-Management, Application Monitoring, konkrete Exchange-Erweiterungen und Dienste, Mailbox-Überwachen und mehr, Hyper-V und VMware Monitoring, Internet-Service-Management. Des Weiteren voller Zugriff auf SQL-Server-Funktionalitäten und die Pflege Ihres Backup-Produktes. Individualisierungen, das White-Label-Branding mit Ihrem Logo und kundengerechte eigene Berichte runden die Pulseway-Lösung für Sie wunderbar ab. Die Krönung von Pulseway sind das einfache, faire und preisgünstige Lizenz-Modell und der ausgezeichnete Hersteller-Support. Kontaktieren Sie noch heute Nestec und fordern Sie Ihre Testversion zum Ausprobieren von Pulseway RLL. Sie sehen uns beim nächsten Mal.